Für mich ist Porträtfotografie 90 Prozent Psychologie. Also wirklich sich auf Menschen einlassen, auf Menschen zugehen können, herauszufinden, was jemanden interessiert, wirklich Menschen so zu zeigen, wie sie sind. Nichts verfälschtes. Dort gibt es nur, was es gibt. Und das muss man festhalten. Ich bin Christian Anderl. Ich bin Porträt- und Werbefotograf mit Studio in Wien und arbeite für internationale Kunden. Mein Name ist André und ich fotografiere seit sieben Jahren mittlerweile im Lifestyle-Porträt- und im Travel-Bereich. Mir geht es echt darum, authentische Lifestyle-Bilder zu machen. Man lernt so interessante Menschen kennen, man unterschätzt sie manchmal so ein bisschen. Und diese zwei Stunden, die man miteinander verbringt, die die andere Person so in seine Privatsphäre lässt, das ist halt irgendwie das Interessante daran. Es ist das Spannende, eigentlich Porträtfotografen mit Burlesque-Tänzerinnen zusammenzubringen, weil die eine Seite posen will und wir sind beide eigentlich auf der Suche die ganze Zeit nach den Momenten dazwischen. Ich bin ja auch der Meinung, dass es auch immer einfach auf den Gegenüber anfängt, dass die Person sich öffnet und das Bild und das Shooting halt gut wird. Wenn es darum geht, Momente und Ausdrücke von Menschen einzufangen, dann darf ich eigentlich nicht über mein Werkzeug nachdenken müssen. Ich finde es halt super cool, mit der durch die Straßen zu laufen und sie kaum aus der Schulter zu spüren, wenn ich sie irgendwie dabei habe und auch nicht so super auffällig bin mit der Kamera und sie ganz kurz zücke und wir ganz kurz Bilder machen und Porträts schießen und ich dann halt nicht von diesem Ort verschwinden kann. Das ist halt der Vorteil, eine Kamera zu haben, die halt echt gut in der Hand liegt und die halt nicht schwer ist. Ich nehme schon, wenn man bei einer Location Porträts fotografieren und den Hintergrund und die Location mit reinnehmen ins Bild, erstens weitere Optik dazu und dann auch mehr Licht, aber nicht für das Motiv selber, sondern eher für den Hintergrund. Ich muss bei den Sachen, die ich mache, immer spontan sein. Eigentlich habe ich immer nur eine Kamera und vielleicht zwei Linsen dabei. Aber das macht mir auch am meisten Spaß, spontan auf die Straße zu gehen, einfach das zu fotografieren, was gerade passiert. Das macht ja auch dann den eigenen Stil aus. Menschen und die Dinge, die sie beschäftigen, so weit kennenzulernen und so weit einbringen zu können oder so nahe herangelassen zu werden, dass man dann die Gelegenheit kriegt, mit einfachen technischen Mitteln was festzuhalten, was das abbildet, was die erzählen, erleben oder was die ausmacht, was die bewegt.